Herzlich willkommen zum zweiten von drei Teilen der Lehrfilmreihe über den Laborversuch Ultraschallprüfung. Im ersten Teil wurde bereits der theoretische Hintergrund zu Schallwellen und zum Piezoeffekt erläutert und im zweiten Teil erklären wir nun die Grundlagen zur Ultraschallprüfung und stellen verschiedene Verfahren vor. Wir erinnern uns, mit Hilfe der Ultraschallprüfung ist es möglich, Fehler im Gefüge, wie zum Beispiel Risse, Lunker und Einschlüsse an Bauteilen zu erkennen, ohne das Werkstück dabei zerstören zu müssen. Hierzu werden Ultraschallwellen mit Hilfe des sogenannten indirekten piezoelektrischen Effekts erzeugt. Wie funktioniert eine Ultraschallprüfung und welche Prüfverfahren gibt es? Für die Ultraschallprüfung eines zu prüfenden Werkstücks benötigt man ein Prüfgerät, einen Sender und Empfänger sowie eine Kopplungsflüssigkeit. Bei der Ultraschallprüfung werden zwei grundsätzliche Verfahren unterschieden. Diese heißen Durchschallungsverfahren und Impulsechoverfahren. Bei dem Durchschallungsverfahren befindet sich der Prüfkörper zwischen Sender und Empfänger. Die Ultraschallwellen werden dabei vom Sender in das Werkstück eingeleitet und bei fehlerfreier Struktur vom Empfänger wieder fast vollständig empfangen. Befindet sich nun ein Fehler im Prüfkörper, wird das Signal entweder gar nicht oder nur teilweise empfangen. Im Reflektogramm sieht man dann ein Rückwandecho mit geringerer Intensität. Das Verfahren ist für die Serienprüfung anwendbar. Erhält der Empfänger kein Signal, obwohl der Sender eines eingeleitet hat, muss das Signal auf dem Weg an irgendeiner Stelle im Werkstück reflektiert worden sein. Allerdings können die Tiefe bzw. Position des Fehlers nicht ermittelt werden. Aufgrund der getrennten Sende, Empfangseinheit sowie der Positionierung des Prüfstücks zwischen beiden Einheiten ist dieses Verfahren jedoch nur für Bauteile mit parallelen Begrenzungen geeignet. Insbesondere können mit dem Durchschallungsverfahren dünne Bauteile, wie zum Beispiel Bleche, auf Fehler untersucht werden, bzw. es können Fehler gefunden werden, die direkt unter der Oberfläche liegen, da es im Durchschallungsverfahren mit getrenntem Sendeprüfkopf und Empfangsprüfkopf keine tote Zone bzw. Todzeit gibt. Die Todzeit ist die Zeit, die, wie beim Impulsecho-Verfahren, ein gleichzeitig als Sender und Empfänger verwendeter Normalprüfkopf benötigt, um nach dem Senden auszuschwingen. Erst wenn alle Restschwingungen ausgeklungen sind, können wieder Ultraschallwellen empfangen werden. Bei Fehlern direkt unter der Oberfläche treffen die Schallwellen wieder auf den Empfänger, bevor dieser fähig ist, wieder Schallwellen zu empfangen. Ursache hierfür ist in der Frequenz und materialabhängigen Wellenlänge des Ultraschalls begründet. Da beim Durchschallungsverfahren aber Sender und Empfänger getrennt sind, können auch Oberflächennahe Fehler aufgefunden werden. Im Gegensatz zu dem Durchschallungsverfahren befinden sich bei dem Impulsecho-Verfahren Sender und Empfänger in einem Prüfkopf. Dabei werden kurze Schallimpulse, das heißt zeitlich begrenzte Wellenabschnitte, in das Werkstück eingeleitet. Diese sind zu Beginn als Sendeimpuls auf der Anzeige erkennbar. Wenn der Prüfkörper fehlerfrei ist, werden die Ultraschallwellen von der Werkstückrückwand wieder als sogenanntes Rückwandecho reflektiert und vom Prüfkopf aufgenommen. Die Intensität des Rückwandechos ist dabei gegenüber dem Sendeimpuls verringert. Grund dafür sind zum einen der Verlust der Schallintensität und zum anderen eine erneute, ungewollte Reflexion an der Grenzfläche zwischen Oberfläche des Werkstücks und dem Prüfkopf. In der Praxis hängt der Intensitätsverlust auch vom Druck auf den Prüfkopf oder dem verwendeten Koppelmittel ab. Wann und warum wird eine Schallwelle reflektiert? Ob eine Schallwelle reflektiert wird, hängt von dem Unterschied der Schallwiderstände zwischen dem zu prüfenden Werkstück und dem umgebenden Medium ab. Das bedeutet, dass zunächst einmal zwei unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Schallwiderständen vorliegen müssen. Zum Beispiel ganz einfach Stahl und Luft. Der Schallwiderstand oder auch Schallkenimpedanz genannt, ist eine physikalische Größe und ergibt sich rechnerisch aus dem Produkt der Dichte Rho und der Schallgeschwindigkeit C. Befindet sich der Schall in einem Medium, breitet dieser sich mit der spezifischen Schallgeschwindigkeit so lange darin aus, bis er auf eine große Änderung des Schallwiderstandes trifft. An dieser Grenzfläche wird der Schall dann reflektiert. Wenn sich der Schall also ungehindert durch das Metall fortpflanzt, gibt es eine Reflexion an der Werkstückrückwand, dort, wo der Schall aus dem Werkstück austreten würde, da der Schallwiderstand von Stahl wesentlich größer ist als der von Luft. Dies ist auch der Grund, warum eine Kopplungsflüssigkeit zur Einleitung des Ultraschalls in das Werkstück notwendig ist. Die Kopplungsflüssigkeit dient dazu, die stets vorhandenen minimalen Luftspalte zwischen Prüfkopf und Prüfkörper auszufüllen, sodass der Schall nicht direkt an der Werkstückoberfläche reflektiert wird. Luftspalte entstehen aufgrund der Oberflächenrauheit, wobei sich Luft in den Vertiefungen der Oberfläche ansammelt. Diese Vertiefungen dürfen nicht größer als 10 hoch minus 7 mm sein, damit die Ultraschallwellen ungehindert in das Werkstück geleitet werden können. Als Kopplungsmedien können zum Beispiel Öle, spezielle Koppelpasten sowie Glycerin und Wasser eingesetzt werden. Abgesehen von dem unterschiedlichen Schallwiderstand ist auch die Abmessung, also Größe bzw. Breite des anderen Mediums entscheidend, ob der Schall reflektiert wird oder nicht. Ein Reflektor bzw. ein prüfbarer Fehler muss in seiner Querabmessung, hier bezeichnet mit dem Buchstaben D, größer sein als die halbe Wellenlänge Lambda des darauf treffenden Schalls. Die Wellenlänge ergibt sich rechnerisch aus der materialabhängigen Schallgeschwindigkeit C, geteilt durch die Schallfrequenz F. Da die Wellenlänge umgekehrt proportional zur Frequenz ist, das heißt, bei einer klein gewählten Frequenz wird die Wellenlänge größer und umgekehrt, bedeutet dies, je kleiner der erwartete Fehler ist, desto größer muss die Frequenz F gewählt werden, damit die halbe Wellenlänge immer noch kleiner als die Fehlerbreite bleibt. Zur Verdeutlichung führen wir ein einfaches Rechenbeispiel auf. Gegeben ist hierbei der Werkstoff Stahl mit der Schallgeschwindigkeit C gleich 5920 m pro Sekunde. Der kleinste zu detektierende Fehler wird mit 2,5 mm angenommen. Da die halbe Wellenlänge kleiner als die Fehlerbreite sein muss, um einen Fehler zu erkennen, wird für die Wellenlänge Lambda 4 mm gewählt. Die zu einer zuverlässigen Messung erforderliche Schallfrequenz ergibt sich durch die Division von der Schallgeschwindigkeit von 5920 m pro Sekunde und der Wellenlänge Lambda, wobei wir in diesem Fall auf eine Frequenz von 1,48 MHz kommen. Somit muss ein Prüfkopf mit einer Schallfrequenz von 1,5 MHz gewählt werden, um Fehler von 2,5 mm in Stahl gerade noch erkennen zu können. Fassen wir zusammen. Bei der Ultraschallprüfung gibt es prinzipiell zwei unterschiedliche Verfahren. Das Durchschallungsverfahren und das Impulsecho-Verfahren. Für das Durchschallungsverfahren werden zwei Prüfköpfe benötigt, der Sender und der Empfänger. Vorteil ist, dass mit dem Durchschallungsverfahren auch oberflächennahe Fehler aufgefunden werden können. Beim Impulsecho-Verfahren hingegen befinden sich die beiden Einheiten in nur einem Prüfkopf. Aufgrund der Todzeit, also der Zeit, die der Empfänger benötigt, um nach dem Senden wieder Ultraschallwellen zu empfangen, können keine oberflächennahen Fehler gefunden werden. Dafür kann aber die Tiefenlage von Fehlern bestimmt werden. Für die Fehlerauffindung in Werkstoffen ist die Reflexion der Ultraschallwellen entscheidend. Die Reflexion einer Ultraschallwelle ist von dem Unterschied der Schallwiderstände zweier Medien abhängig. Der Schallwiderstand, oder auch Schall-Ken-Impedanz genannt, ist eine physikalische Größe und ergibt sich rechnerisch aus dem Produkt der Dichte Rho und der Schallgeschwindigkeit C. Da Schallwellen an der Grenzfläche zweier unterschiedlicher Materialien reflektiert werden, muss eine Kopplungsflüssigkeit verwendet werden. Ansonsten werden die Schallwellen bereits vor dem Eindringen in den Prüfkörper reflektiert. Der kleinste erkennbare Reflektor muss in seiner Querabmessung größer sein als die halbe Wellenlänge der darauf treffenden Ultraschallwelle. Die Wellenlänge kann über die Ultraschallfrequenz gemäß dem Zusammenhang zwischen Fehlerbreite und Wellenlänge, D ist größer als Lambda halbe, eingestellt werden.